Musik Jan Benschen nächstes Jahr! Wo alles darf ich mit? Solange du Geld verdienst darfst du überall mit. Du darfst nur mit, wenn du deine Fingernägel neu gemacht hast. Der Mädel war gar nicht da! Der Mädel war gar nicht da, wie man das gerade gesagt hat. Das war eine Viertelstunde. Ich benutze Sagretan rein und früh. Aber ich glaube die Gesundheit mit der Kinder. Und Bedenke? Bedenke? Es wird nicht abgeschrieben. Wie viele Zeitcard-Reiber braucht man, um eine Spülmaschine auszuräumen? Zwei! Victor hat gerade was gesagt. Was hat Victor gesagt? Victor hat auch gesagt, dass die Sprühflaschen hier nicht so gut sind, wie die, die er hat und das ist auch richtig. Wieso? Weil wenn ich da drauf sprühe, gibt es einen Druck und die ganze Scheiße. Du resprayst alles. Durch die Gegend. Die, die wir auch haben mit den Nöppeln. Ja, hab ich doch auch. Ich hab die da jetzt mal gekauft, um die auch zu probieren. Ja, aber dann nehmen wir die für die Fenster vorne oder für was weiß ich was. Läuft das? Vor allem, man guckt immer nie in die Kamera, sondern sich selber an. Und dann guckt man nach oben. So, ich geh zum Cody. Ich hab 30 Euro aus Kassen geklaut. Kauf Ordner jetzt. Gummis. Gummis kaufe ich. Komm mit mir mit. Komm selber mit mir mit. So, hinter mir ist der Kameramann. Ich geh jetzt Gummis kaufen. Mädels, ich geh Gummis kaufen. Gummis für die Jenny. So, tschau. Bis später. Die Leute sind doof, wenn man mit sich selbst redet. Ich geh jetzt in Cody rein. So. Was soll ich denn jetzt alles kaufen? Ach, ich darf nicht so wackeln, ne? Na, die meinsen aus. So, funktioniert doch auch. So, eins. Aber nicht für die Clown, ne? Muss ich wieder mit? Oh. Gummis. 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 Hallo Felix, meine Hase, diese Mann. Hi, sag mal du, ihr habt doch ab und zu mal, du hast doch gesagt, ihr sucht vielleicht auch jemand mal zum Ausbilden, oder? Ich hab hier jemanden sitzen, der hat sich grad mehr oder weniger bei mir beworben. Zum Tätowieren. Der arbeitet aber auch mit Sketchbook und eventuell auch in so einer Werbeagentur. Der will irgendwas Kreatives, Illustratoren-mäßiges machen. Die arbeiten dann echt cool. Haben wir hier einen ordentlichen Tacker? Das ist ja, den habe ich. Das ist der billige. Ah, Gummis. Aber so gemütlich ist das gar nicht, wie das aussieht, ich glaube, das merkt mein Hunde nicht. Ich muss die Kamera machen. Okay, warte. Guten Morgen in Aschaffenburg. Wir haben... Spät ist es? Spät. Boah, spät. Die Sonne scheint, ich habe kaum was an. Ich habe neue Schuhe übrigens, guck mal. Wollen Sie sehen? Mia! Hallo! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich kann mich nicht mehr einhauen. Du eklige, du eklige. Ja, mir. Also, die sind da nicht abgemerkt und finden das auch wohl. Sollst du mal deine Kontaktdaten da lassen? Das sind die Scouts von Aschaffenburg. Soll ich noch mal vergessen? Gut. Hast du auch einen Orca gekauft? Ja. Ah, aber die haben keine Packer gehabt. Das macht nichts. Die haben nur die, die wir schon haben. Und die sind echt schlecht. Ach, schlechter. Ja. Eine kurze Frage. Das ist jetzt, finde ich ganz schön. Nicht mehr Tiefe, sag ich jetzt mal, wie das hier. Da ist im Winter dran dran. Aber das gucke ich hin, glaube ich. Ja. Willst du es sehen? Ich, äh... Das ist cool. Falls jemand sehen will, wie der Kameramann aussieht. Aber da würde ich dir vielleicht dann auch mal einen Beratungstermin einfach eintragen, dass du daheim nochmal guckst, auch die Stilarten, was es alles ist. Ist auch cool. Ja, ist cool. Dass du so ein bisschen hoch guckst, vielleicht einen kleinen Hintergrund hinten dran machen. Wenn ich nicht gezeichnet habe und noch nicht weiß, wie groß es geht, mit Stahlbier, äh... Bring doch mal 10.000 Euro mit. Ja. Pumus? So gut. Pumus? Ja, ne? Holt das selber, ne? Wollt dich fürs Tästchen? Genau. Ich rate inzwischen 2 und 3. Okay. Dann können Sie selbst machen. Das kann mir jetzt ein bisschen ein Brust hier links. Okay. Das heißt, hier machen wir dann Brötzli. Brötzli. Der hat gebrötet. Der war großmäßig. Machen wir den so ein bisschen auf den Daumen mit drauf? Ja, mach mal. So, jetzt ist das natürlich kürzer. Das heißt, das müssen wir dann fettiger. Nicht so gut. Dann ch kob kind an. Ja, das sind jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020